Hallo und herzlich willkommen bei Ideal AKI. Heute widmen wir uns einem brandaktuellen Trend im Lebensmitteleinzelhandel, Shop-in-Shop-Konzepte. Shop-in-Shop ist eine innovative Strategie im Einzelhandel, bei der eine Marke oder ein Händler innerhalb eines bestehenden Geschäftes einen eigenen Bereich kreiert, um seine Produkte optimal zu präsentieren und so den Einkauf bzw. den Snack für zwischendurch zu einem Erlebnis zu machen. Die Gerätewelt von Ideal AKI bietet dabei die perfekte Lösung für höchste Flexibilität und Ganztagestauglichkeit und das auf kleinster Fläche. Unser Experte Christian präsentiert nun ein Beispiel eines solchen Konzeptes und zeigt dabei die Synergien zwischen den einzelnen Geräten auf. Beginnen wir mit dem Vario Food Counter. Der transparente Glasaufbau bietet perfekte Einsicht für den Kunden. Gleichzeitig hat man auf der Bedienerseite alle Möglichkeiten, die effiziente und ultrafrische Zubereitung von Bowls, Salaten und anderen Snacks direkt vor dem Gast. In der Switch-Ausführung des Gerätes ist sogar ein Wechsel von Kalt auf Warmbetrieb möglich, was den Einsatzbereich nochmals erheblich erweitert. Eine weitere Möglichkeit MEC-Art. Vier verschiedene Grundmodelle der MEC-Art-Tische bieten innovative Möglichkeiten für die frische Zubereitung vor dem Gast. Dort können Produkte entweder frisch zubereitet oder regeneriert und anschließend für Crab & Go Vitrinen verpackt werden. Durch Aufstattungshighlights wie eine gekühlte Schneidefläche, Polyhygieneschneidebretter, zahlreiche Ablageflächen und Aufstellmöglichkeiten für unterschiedliche thermische Geräte für einen Grill oder Regenerationsofen können effiziente Prozesse garantiert werden. Danach werden die Produkte verpackt und kommen direkt in die Umluft-Wärme-Vitrine Hot Vario. Der Hot Vario ist perfekt dafür geeignet, Signature-Produkte ansprechend zu platzieren und so Impulskäufe zu fördern sowie Entlastung zu Spitzenzeiten bieten zu können. Das Besondere dabei, der Hot Vario wächst mit steigendem Umsatz mit. Ein Einzelgerät kann zu einem Turm bestehend aus bis zu vier Hot Varios erweitert werden. Dabei werden die Einzelmodule übereinander platziert und ein Verbindungskit an jedem Gerät angeschlossen. Weiterhin wird dabei nur eine Steckdose benötigt. Jedes Abteil bleibt separat regelbar und kann bei Bedarf auch ausgeschaltet werden. Flexibilität auf einem neuen Level.